Dass ein Konflikt deeskaliert wird, während man Kampfpanzer hinschickt, neues Equipment hinschickt, jetzt darüber redet, dass Raketen und Flugzeuge, Kampfflugzeuge hingeschickt werden sollen, wo auch die Experten schon sagen, das braucht Jahre, um ukrainische Piloten auf deutsche oder amerikanische Jets auszubilden. Aber egal, es geht ja nicht darum, ob es Sinn macht oder nicht. Es geht nur darum, noch mehr Waffen reinzustopfen in diesen Konflikt. Ich finde es erschreckend.